Moin moin Freunde und recht herzliches Willkommen zurück zu der Sonntagsausgabe vom LS19 Weichenprojekt. Schön, dass du wieder mit am Start bist. Heute müssen wir natürlich erstmal die Tore hier wieder öffnen, weil in der letzten Folge haben wir ja ein bisschen Feierabend gemacht. Deswegen mache ich jetzt hier erstmal die Tore alle wieder auf. Allerdings ist heute natürlich auch angesagt, weiteres, ähm, weiteres Anpflanzen der Felder. Ich habe in den letzten, in der Zwischendenfolgen, habe ich wohl schon mal, ähm, ein wenig weitergemacht mit dem anderen, äh, mit dem anderen, äh, sag mal schnell, mit dem Feld, äh, Spritzen, also Pestizide Spritzen. Ich würde jetzt hier tatsächlich einfach die Sojabohnen anpflanzen. Einfach damit wir mal wieder ein bisschen Sojabohnen am Start haben. Danach können wir doch mal auf das große Feld würde ich dann auch irgendwas wie Gerste Weizen oder sowas anpflanzen tatsächlich. Ähm, müssen wir mal, müssen wir gleich mal gucken. Ähm, erstmal senken wir jetzt hier wieder alles und dann geht das hier seinen Lauf. Also das Feld ist natürlich auch ein bisschen größer. Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich noch zu uns gehört. Lass mal kurz gucken. Wir sind ja jetzt hier auf dem Feld. Und das gehört tatsächlich noch zu uns. Das hier wäre halt noch relativ interessant. Das halt kostet aber 33.000. Aber zumindest gehört, oh, gehört auch die Wiese noch zu uns. Das ist natürlich auch interessant. Ähm, leider haben die Felder hier nicht so eine Beschriftung, dass man sich ein bisschen orientieren kann halt. Aber dennoch, ähm, ist das, äh, finde ich, ganz, ganz, äh, gut gemacht. Ich meine, man muss sich halt erstmal dran gewöhnen, dass die Felder halt jetzt nicht so groß wie sonst die Felder sind, ne, sondern halt ein bisschen, bisschen anders. Aber vom Ding her, sag ich euch, äh, ist das ganz cool. Leute, meine Überlegung ist, um auch den, äh, die, die LPs ein bisschen vielleicht auch zu optimieren. Klein wenig. Was ist das überhaupt hier für ein Feld? Das ist ein kleiner Streifen. Das lohnt sich ja gar nicht. Naja, okay. Ähm, überlege ich mir, äh, vielleicht so ein, so ein Head-Tracking-System zu, zuzulegen. Ähm, ich hab da ein, ein cooles gefunden, was auch gar nicht all, so ganz so teuer, äh, äh, zu sein scheint. Die Frage ist natürlich, ob das damit auch funktioniert. Ich weiß nicht, ich hab's jetzt von anderen Streamern, die ich in den letzten Tagen mal so ein bisschen verfolgt habe, ähm, gesehen, dass, äh, dass die sowas nutzen. Hab da mal ein bisschen in den Kommentaren, äh, oder in dem Chat rum, umgeschrieben. Ähm, und muss sagen, dass das eigentlich ganz cool ist, gerade wenn man denn so den Kopf bewegt, finde ich, hat das schon echt ein bisschen, hat das was. Also, ich bin da ein bisschen angetan von, muss ich sagen. Die Frage ist, ob sich das wirklich lohnt. Also, ich meine, das, was ich jetzt gesehen habe, das kostet, glaube ich, mit allem zusammen irgendwie 40 Euro oder so, glaube ich. Also, das, das geht. Das sind jetzt keine utopischen Summen für, für so ein, äh, so ein Ding. Aber ich überlege halt, ob ich nicht lieber dann vielleicht doch das, äh, doch warte und mir dann, äh, sprich dann das, äh, das teurere oder das, in Anführungszeichen, vielleicht bessere System hole. Ich weiß es nicht, weil ich weiß, dass es ja verschiedene Systeme gibt. Ich hab mir da auch ein paar angeguckt. Aber das Nonplusultra, was halt auch einige haben, kostet halt aber auch irgendwie 200 Euro. Das, muss ich sagen, ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu, zu happig. Dann benutze ich hier lieber die, die Maus weiterhin zur Kamera, ähm, zum Kamerawechsel, anstatt, äh, anstatt den Kopf zu bewegen. Aber ich dachte mir, für 40 Euro könnte man das tatsächlich mal ausprobieren. Ähm, was haltet, was haltet, äh, haltet ihr davon? Äh, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben? Nutzt ihr sowas? Habt ihr sowas? Wollt ihr sowas haben? Oder findet ihr es, äh, ist, sag ich mal, total überflüssig? Dann, äh, schreibt mir das mal gerne rein in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, was ihr so dazu denkt. Also, wenn das wirklich funktionieren würde, würde ich sagen, ist das ein, ein Top, Top-System dann, sag mal so gesehen. Wenn nicht, ist natürlich doof, aber mein Gott, davon geht die Welt dann auch nicht unter. Im Moment beschäftigt ja alle das Coronavirus. Aber da habe ich ja letzte Folge schon was zu erzählt. So, ähm, ich bin mal gespannt, äh, so prinzipiell, wie das, wie das Ganze weitergeht. Also, ich meine, ich mache mir da jetzt nicht so die Panik, weil entweder es kommt oder es geht. Ähm, aber alle anderen halt. Ich meine, ja, ich meine, wenn, wenn's, wenn's so ein bisschen, äh, ich sag mal, wenn's noch näher an uns ist, sag ich mal. Also, wenn man halt die ersten hat, äh, die das vielleicht oder eventuell kennt, die das dann halt dementsprechend haben, dann glaube ich, denkt man nochmal wieder ein bisschen anders darüber nach. So ist es natürlich jetzt erstmal natürlich klar in Deutschland vorhanden, aber ja noch weit weg, in Anführungszeichen weit weg für, für dich so. Oder und, ähm, naja. Schauen wir mal. So, ähm, das Feld haben wir hier auch gleich wieder fleißig, fleißig gesät. Ich muss jetzt hier noch 100 Mal gefühlt rumdrehen. Also, diese Tastenkombination mit STRG V ist auf jeden Fall ziemlich geil, weil ihr seht, mit einer Kombination mache ich zwei Sachen hoch. Erst vorne, dann hinten. Genau. Finde ich auf jeden Fall cool. So, dann müssen wir gleich auf jeden Fall nochmal düngen. Fahren wir gleich nochmal mit dem Düngerstreuer hier rüber. Das würde ich vielleicht auch direkt, direkt machen, wenn wir das Feld jetzt hier angepflanzt haben, weil nicht, dass das nachher schon gewachsen ist und wir das noch nicht gedüngt haben. Das wäre natürlich nicht so toll. Deswegen machen wir das direkt, direkt jetzt mal. So, dann haben wir hier auf jeden Fall Sojabohnen am Start. Ey. So. Dann würde ich dir, der Gerät erst mal auf, auf dieses Feld hier stellen. Da werden wir auf jeden Fall ein bisschen Spaß haben, Freunde. Aber, die Frage ist jetzt, Gersten oder Weizen? Ich würde ja sagen, wir machen... Was ist denn besser im Kurs? Okay. Weizen nehmen wir dann. So, erstmal den kurz aus. Hier sind wir schon vorbereitet. Für den Dünger. Natürlich jetzt auch mit dem, mit dem größten Schlepper, den wir haben, aber ich meine, das ist jetzt, Gott, auch, auch egal. Wichtig ist natürlich, dass wir, dass wir das schnell über die Bühne kriegen. So, fangen wir auch direkt hier an. Da fehlt aber was. Aha. Wollte schon gesagt haben. Zu demnach ist es natürlich jetzt die Frage, ob das wirklich so Sinn war, hier Gras anzupflanzen, weil wir da hinten natürlich noch ein Grasfeld haben. Aber ich meine, mein Gott, davon können wir eigentlich später auch, äh, dann nicht genug bekommen, weil Gras brauchen wir natürlich in viel, vielerlei Hinsichten. Ne, entweder, wenn wir jetzt, äh, ähm, Tiere kriegen, dann brauchen wir viel Gras. Also, das ist schon okay. Und ich denke, die Felder sind jetzt auch nicht so unglaublich, ähm, so unglaublich groß. Da kann man das schon mal so machen. Und wir hier noch mal längs. Was ist hier? So, ich weiß gar nicht, ist das Feld da überhaupt schon gedüngt? Also, das ganz normale Grasfeld. Kann ich doch sicherlich noch düngen, ne? Ja. Siehste, läuft doch alles hier wie am Schnürchen. Erstmal den Dünger austeilen und dann kann es weitergehen. Ich mach das jetzt natürlich nicht so superperfekt. Ah, ich denke, das sollte ausreichend sein. So, hier noch was. Ich glaub, das war's, ne? Ja, sieht gut. Sieht auf jeden Fall gut aus. Dann haben wir da auch die höchste Düngestufe. Jetzt müssen wir da nur noch gucken, wenn das gewachsen ist. Dann machen wir da auch noch mal Dünger drauf und dann sieht das schon mal gut aus. So, hier, da müssen wir noch mal lang. Das machen wir gleich auch noch mal. Ich muss dann natürlich halt mit dem, äh, ja, mit den dicken Reifen da drüber. Aber ich mein, das nützt halt nichts. Irgendwann haben wir ja hoffentlich noch ein bisschen Mist oder sowas. Dann können wir halt auch Mist und Gülle fahren. Wäre natürlich am, am einfachsten oder am besten, sag ich mal so. Mal schauen. So. Und dann noch das hier. Okay, wunderbar. So, die Frage, jetzt müssen wir nochmal gucken. Ich würde tatsächlich sagen, wir machen das Feld hier. Machen wir automatisch mit. Schon mal, äh, Proforma. Proforma düngen. Dann haben wir das nämlich auch schon gemacht, Leute. Das wäre natürlich richtig gut. Und das hat auch eine vernünftige, äh, eine vernünftige Größe. Zumindest auch, äh, zum, zum Fahren halt. Ist das, glaube ich, ganz gut, das Feld hier. Was ich halt noch gerne haben möchte, wäre das Feld hier vorne. Das, äh, das hier holen wir uns, denke ich mal, als nächstes. So. Das geht ja auch relativ fix. Und vielleicht werden wir das Feld hier oben, was wir jetzt, äh, gerade angepflanzt haben. Vielleicht werden wir das denn, äh, nehmen für, äh, vielleicht einen, einen Stall irgendwie. Wie einen Hühnerstall, einen Pferdestall, äh, einen Schafstall, Kuhstall. Ne, Kuhstall haben wir ja. Aber für die anderen, äh, Tiere wäre das, glaube ich, gar nicht so verkehrt. So. Wir haben fertig. Wunderbar. Und das bedeutet, wir haben halt heute eine große Feldfolge. Wenn man das so möchte. Jetzt, äh, fahren wir mit dem erstmal wieder zurück. Wobei ich tatsächlich erstmal hier, den hier stehen lasse. Und dann, würde ich sagen, pflanzen wir hier fleißig weiter an. Damit wir natürlich auch, äh, demnächst wieder was ernten können. Und ich finde das Gespann hier immer noch super, super geil. Und ihr könnt gerne mal auf meinem Instagram-Kanal vorbeischauen. Da poste ich nämlich aktuell viele, viele Bilder. Ähm, auch aus dem LS, auch, auch so News-mäßig. Das, was, äh, halt aktuell am Start und abgeht. Wäre auf jeden Fall cool, wenn du da mal vorbeischauen würdest. Ähm, und dann, äh, ja. Folgt mir gerne. Wäre auf jeden Fall ganz cool. So, ähm, ja. So sieht das Ganze hier aus. Und ich denke, mit der Drille hier sind wir auch relativ fix fertig. Also, das wird jetzt nicht ganz so übertrieben heftig lange dauern. So, natürlich ein Weilchen schon, aber immerhin ist die nicht so ganz so groß. Äh, ganz so klein, meine ich. Es wurde mir auch empfohlen, eine andere Drille zu kaufen. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt hatte. Das hatten wir in den letzten Stream. Ähm, wurde gesagt, Bauer, kauft hier doch einen anderen, äh, eine andere Drille. Aber ich finde dieses Paket eigentlich ziemlich nice. Ich würde halt ganz gerne vielleicht dann dementsprechend nochmal so einen anderen Traktor dafür benutzen. Weil, ähm, ja, weil der ist natürlich, ja, der ist da natürlich für geeignet, keine Frage so. Aber, äh, ich weiß nicht. Ich könnte mir halt auch nochmal einen etwas kleineren vorstellen, der dann dementsprechend halt für sowas genutzt werden könnte. Aber, ich sag mal, ich bin auch mit dem hier zufrieden. Der ist ja jetzt auch nicht so groß, aber zumindest haben wir einen, mit dem wir das Ganze machen können. So. Krass, und guck mal, da wächst das jetzt auch schon, nachdem wir gedungt haben. Gutes Timing. Dann werden wir jetzt nochmal hier Gas geben, ordentlich. So. Zack. Und dann werde ich jetzt hier mal schnell die langen Bahnen runterfahren, damit wir das, äh, auch effektiv machen. Ja. Und dann haben wir eins, zwei, drei, vier, haben wir fünf Felder? Eins, das große, zwei, das kleine da hinten, drei, vier, fünf. Fünf, ja, Tatsache, fünf Felder haben wir dann am Start. Das ist auf jeden Fall ganz gut. Das heißt, da könnt ihr euch auf jeden Fall auf eine satte Ernte freuen. Und ich freue mich vor allem darauf, auch hier auf dem Feld vielleicht Ballen zu pressen. Oder halt dementsprechend, äh, das einzulagern. Je nachdem. Wir brauchen natürlich noch ein, noch ein Hofsilo. Das haben wir noch nicht, ja. Da müssen wir uns nochmal drum kümmern. Also, das ist auch noch in der Schwebe, Freunde. Und ansonsten würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ja gerne den Daumen da. Wäre auf jeden Fall ganz nice. Und, äh, vergesst auch nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und, ja, dann bleibt mir nichts weiteres zu sagen, außer Happy Farming. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.